Ok... Ja komm... Ja... So weiter geht er... 13 Leben... Oh, das ist immer mies... Ja... Genau deswegen... So was komme ich nicht klar hier... Springen der Fässer? So viel mit Timing oder so... Weiß ja nicht, was das ist... Oh Gott, ich seh ich schon entkommen... Das wird nichts... Oh nein... Oh nein... Oh nein... Oh... Checkpoint... Nein, nein... Den ich, äh... Ziemlich oft schaffe... Was... Oh... 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 What? Oh... 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 Wie soll ich das denn machen? Der wirft doch alle drei Sekunden da sein scheiß Fass in. Ich weiß ja nicht, wie ich das machen soll. Boah, das ist ja so springende Plackteile, ey. Mein Gott. So, peinst du? Oder pinst du? Wir gucken, was uns hier erweitert. Oh! Frosttime. So. 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 So ein geiler Name. Muss man einfach mal sagen. Der hat Geschmack. So schön, dass er mich überhaupt nicht trifft. So. 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 was er dieses level ach man das muss das immer so ein Brückenlevel sein ich glaub da gingen die Ideen aus ach was machen wir jetzt ja das muss man auch ein Brückenlevel machen gute Idee oh ja das ist eine sehr gute Idee das haben sie sehr gut sehr gut bedacht halt du hast gesehen du hast gesehen dass ich mich gerettet habe ja den töten wir scheiß drauf oh shit ich glaube auf dem muss ich landen nein oh auch nicht war nicht vor die Tierquälerei oder? wo eine Schildkröte springt ich glaub das gefiltert ich glaub das gefiltert hier nicht auch fuck okay den kann ich verkriechen ja 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 nein das ist das ist das ist das ist Unser gerne erste Game Over Screen. Ja, weil wir vorher keine Dings geschafft haben, keine Speicherlevel, fangen wir nochmal am besten auf Level bei der zweiten Insel. Hey, aber zum Beispiel Spiel auf Emulator, da kann ich, da war es nicht lang, so. Aber halt so gemein ist das Spiel, wenn du keine Level schaffst, keine Secret Level, dann bist du voll am Arsch. Ich glaube, ich hätte echt immer alles von vorne spielen müssen. Ich glaube, da hätte ich echt, äh, also... Ach, das geht aber gar nicht. Was ist denn da? Sie springen über uns überhaupt daneben? Ich bin nicht. Und. Und. Oh Gott. Ich bin gespannt. Nein. Ach, fuck you. Ich hoffe das heute noch. Die Brückenlevel sind echt scheiße. Ich will schon erwähnen, dass die Brückenlevel scheiße sind. Ach nö! Und noch ein Game Over. Was ist der Helle? Warte mal, schau mal hier den Spur, warum ich nicht mache. Was ist das? Ganz komisch. Das liegt doch, glaub ich, der Name war die Schildkröte. Die ganze... da liegt nur ein bisschen an. Ich trau mich schon. Ich trau mich schon an. Wir müssen halt einmal soo... soo... liegt der ruhig auf. Kommt! Kommt! Fuck, Alter! Der... Fuck you! Ich trau mich da noch zu. Kommt! 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 Ich bin doch nicht zur Verzweiflung! Kommt! Wieso springe ich dann immer durch! Woher ist? Wieso springe ich denn immer durch! Ich müsste dich eigentlich auch so schaffen! Ja! Kommt! Und! Kommt! Ich weiß nicht, aber ich bin schon zartnervig hier. Oh Gott, ich bin so unfassbar schlecht, ich muss ja auch Krebs verursachen bei den Zuschauern. Okay, dann leh ich nicht einfach drüber, ich weiß nicht. Soll ich nach vorne drücken? Manchmal da, vielleicht auch nicht. Ja, nur so wie da. Ich glaube, ich kann es schon vergessen. Nein, noch geschafft. Oh nö! Boah, ist nicht schön. Vor allem will ich gar kein Leben haben. Was zur Hölle? Oh, Hilfe ey! Mario und Josef. Was ist das Level? Direkt nach dem Boss kommt er auf die Höhe. Oh ne, das muss aber jetzt nicht schwer. Was hat das denn einfallen lassen? Ich weiß, es war äh... 1900. Wann kam die PS1 raus? 98? Da hatte man noch keine Gnade. Aber das ist ja wohl... Unverschämlich. Es gab ja schon Memory Cards. Es gab ja schon Memory Cards. Ne, das war glaube ich, das war... Ne, doch. Memory Cards hat... Bieter das ja auch an. Niederstehen. Ich glaube, es war auch eines der ersten Spiele von Memory Card. Oh Gott. 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 Boah. Das ist krass. Nein. Ich nehm den. Wie schön die Sau. Die blöde Sau. Wir Clarke. Neebel sighl. Das Schleppelt. Ist das Schwein genau da? Nein. Oh Gott. Ey die Wände souffertこれは Rumpfelt zu machen. Oh Gott. Ok, das ging oder? Das ging? Nein! Das ist super! Okay, da sind wir auch vor dem Schritt vor. Ok... Nein! Gerade springen! Gerade! Ich weiß nicht, warum ich mal so einen Schlenker drin hab. Aber bei dem 360 Controller... Ist das einfach mal so? Ja, wenn man da einmal... Käpfiger hat, dann ist es vorbei. Oh, ich springe schon wieder dazwischen. Ist das denn die Möglichkeit? Ja... Ich weiß nicht, wie viel Spune geht noch. Wie geht noch? Wie geht noch? Ja... 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 Das ist sauber! Oha! Ah, das ist ja wohl. Krass ist das denn. Krass. Speichern wir mal. So. Los geht das Ganze wieder los. Mit dem Fail. Gott. Oh Gott. Ja, da springen wir zu weit. Oha. Oh, geschafft. Boah. Wollen wir denn schwitzen, ey. Slippery klar. Oh, nein. Oh, nein.